Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einer neuen Folge MVP Gameplay. Heute hier mit dem französischen Schlachtschiff der Stufe 7 der Jean Bart am Start. Und dort haben wir auf jeden Fall eine schöne Runde hingelegt. Ich habe ja von Wargaming die Jean Bart für eine Woche quasi in den Hafen gestellt bekommen, weil ich ja Community-Kontributor bin und diese quasi ein bisschen testen durfte. Ich muss sie natürlich danach auch selber erspielen quasi, was ich natürlich auch machen werde, weil das Schiff das macht richtig Laune, wie ich finde. 21.000 Erfahrungen habe ich jetzt schon drauf. Ich glaube, ich habe so 3-4 Runden mitgespielt oder 5 waren es insgesamt. Und davon nehmen wir jetzt einfach mal die beste Runde, die wir damit jetzt erreicht haben. Wirklich ein sehr, sehr tolles Schiff und die Runde war wirklich super mit noch mehr Potenzial. Schauen wir uns aber gleich an. Und wir schauen uns als erstes nochmal kurz die Module an. Dort habe ich einmal Zielsystem Mod 1 drinne, als zweites Schadensbegrenzungs Mod 2, als drittes Zielerfassungssystem Mod 1 und zu guter Letzt nochmal das Haupt-Batterie Mod 3. Damit bin ich eigentlich bis jetzt relativ gut zufrieden. Man könnte natürlich auch das Schadensbegrenzungs Mod quasi austauschen, aber eigentlich passt das soweit. Ich bin wirklich damit zufrieden. Und wir schauen uns jetzt nochmal kurz den Kapitän an, den ich nutze. Und zwar nutze ich den Robert Jodjard mit seiner Basisfähigkeit. Bora erhöht die Durchschlagskraft der AP-Granaten ihres Schlagstörfes, was ganz nett ist. Und als Skillung haben wir einmal Flambierter Kanonier. Dort wird einmal die Reichweite verbessert und die Präzision, was natürlich sehr nice ist. Aber hat wirklich den Nachteil, dass ihr hier wirklich eine erhöhte Brandwahrscheinlichkeit habt, was halt wirklich nicht so cool ist. Ihr könnt es natürlich ein bisschen saver spielen und könnt nur keinen Ärger nehmen. Allerdings ist beides halt auf jeden Fall ziemlich gut. Bloß weil man halt eine Runde hat, wo man wirklich sehr, sehr hart unter Fokusfeuer ist. Speziell von Kreuzern mit HE kann Flambierter Kanonier auf jeden Fall nach hinten losgehen. Denn als zweites Kreuzweise, als drittes habe ich Treffsicherheit genommen. Dort könnte man natürlich auch nochmal auf Größenwahn gehen und nochmal die Nachladegeschwindigkeit verbessern. Allerdings hat man hier dann halt noch weniger Trefferpunkte, was ich nicht so gerne mag. Und daher habe ich mich für die Treffsicherheit hier entschieden. Denn als nächstes den Streckenrekord in XXL. Als legendären Skill haben wir Wille zum Wiederaufbau. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Andrew Cunningham, um nochmal die Präzision der Hauptgeschütze zu verbessern. Und den Charles Madden, um nochmal die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme und die Ladezeit der Hauptbatterie zu verbessern. Was natürlich geil ist. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Gefecht. So, und wir sind direkt im Gefecht. Die Sui-Star ist mit dabei mit ihrer Atago auf der Karte Nachbarn. Wir halten hier natürlich direkt auf AP. Und ja, ein sehr, sehr geiles Matchmaking auf jeden Fall. Keine Zerstörer dabei. Fünf Schlachtschiffe, vier Kreuzer ist natürlich optimal für uns hier als Schlachtschiff. Auch für die Sui ist das eigentlich ein ganz angenehmes Matchup. Klar, fünf Schlachtschiffe sind natürlich nervig als Kreuzer. Aber mit der Atago kann man ja auch gut auf Entfernung bleiben. Schauen wir mal. Wir versuchen auf jeden Fall direkt fortzufahren, um uns irgendwie eine Deckung zu generieren hier in der Insel, dass wir quasi nur von einer Flanke beschossen werden können. Dadurch fahren wir hier volle Kanne nach vorne. Wir haben halt auch nicht so viel zu erwarten bezüglich Torpedos. Außer natürlich von den Kreuzern, die da im Start sind. Aber Zerstörer werden auf jeden Fall keine da sein. Miyoko, Atago, Atago. Also wirklich vier, ne, drei Kreuzer von den vier Stück, die wirklich sehr, sehr nervig sind. Hier direkt eine Tirpitz. Breitseite, AP ist geladen. Leive geht raus. Das ist eine Dreier-Division. Doppeltirpitz, eine Bismarck. Und ja, die fahren jetzt hier alle lang. Wir versuchen uns jetzt hier quasi in die Insel ranzustellen. Verlinien jetzt direkt hier den ersten Turm. Das ist ein ärgerlich. Ah, die fahren hier wirklich munter Breitseite. Das ist natürlich nice für uns. Schauen wir mal, was da geht. 11.000 und das ist nur mit dem einen einzigen Geschütz. Das andere haben sie uns ja vorübergehend rausgeschossen. Das ist natürlich super. Wollte jetzt hier auch nicht meine Reparatur-Mannschaft, äh, meinen Schadensbegrenzungsteam ziehen. Einfach aus dem Grund, ähm, dass ich nicht abgefackelt werden möchte dann. Und ihr seht schon, da schießt schon der Erste mit HE. Haben jetzt hier auch unseren, ähm, Boost gezogen. Unseren Hop-Batterie-Nachlade-Boost, um einfach mehr zu schießen, weil die hier wirklich alle Breitseite fahren. Da hinten kommt wieder die Turpitz rum. Sehr schön. Schon 30.000 Schaden erreicht, auch wenn wir jetzt noch gar nicht wirklich die besten Treffer hatten. Nochmal hier 8.000 und schon 37.000 Schaden. Die tun uns natürlich hier auch einen wirklich großen Gefallen. Nochmal 8.000 Schaden drauf. Ähm, fahren hier wirklich mit drei Schlachtschiffen vor uns, komplett Breitseite lang. Das ist natürlich ein Traum für uns. Ah, da kommt schon wieder die Bismarck rum. Dann kriegt er auch ein paar Torpedos. Ah, nee, das ist oder? Einen vielleicht? Nee. Aber jetzt, das könnte eine schöne, schöne Salve mit Cita werden vielleicht. Ah, keine Cita. 20.000. 20.000. Aber das ist wirklich ein solider Schaden. 63.000 haben wir jetzt schon. Das Game, das läuft keine drei Minuten. Selber haben wir 9.000 verloren. Oh, jetzt hat die Bismarck richtig kassiert. Schauen wir mal. Die sind jetzt auch nur mit einer Salve raus. Sollte eigentlich reichen. Ja, da ist der Kill. Und dann nochmal auf die Tierpits ein bisschen was. 66.000 Schaden haben wir schon zusammen. Mal der prüfende Blick nach hinten. Nicht, dass wir da von hinten quasi in die Breitseite reingeschossen werden. So, die Tierpits, die möchte jetzt wahrscheinlich auch nochmal schön kassieren. Die machen uns wirklich hier den Gefallen. Die komplette Divi 23 km mit Cita. Sehr nice. Machen uns hier wirklich den Gefallen. Und fahren hier einfach Breitseite komplett vor uns lang. So haben wir jetzt in effektiv drei Minuten schießen. Wir mussten natürlich erst ein bisschen nach vorne fahren, um uns zu platzieren. Haben wir effektiv in drei Minuten irgendwie 100.000 Schaden knapp gemacht. Was natürlich ein Traum ist. Da hinten haben wir nochmal einen Kreuzer. Atago. Schauen wir mal. Dreht da schön ein. Oh, und hier kommen sogar Torpedos von der Atago. Ah, den einen kriegen wir sogar. Wenn er nicht ausläuft. Haben aber auf jeden Fall eine Cita gemacht. Sehr schön. Müssten 15k gewesen sein. Müssen natürlich jetzt hier reparieren. Den einen Torpedo von der Atago haben wir leider bekommen. Aber die Tierpits kommt jetzt hier nochmal rum. Natürlich wieder schön Breitseite. Das ist natürlich sehr angenehm. Können wir natürlich direkt raushauen hier. Und direkt wieder 17.000 gemacht. Sehr schön. 123.000 haben wir jetzt gemacht. Das Game geht noch keine fünf Minuten. Also da seht ihr schon auf jeden Fall, was für ein Potenzial wir haben. Und es sind auch nur zwei Gegner bis jetzt raus. Beiden Schlachtschiffe hier auf unserer Seite. Der Atago ein bisschen penetrant jetzt hier. Fangen wir mal, dass wir da nochmal in was raushauen. Sehr schön. Nochmal eine Zitadelle auf der Atago. Die Tierpits sollte jetzt hier auch rausgehen. Das war natürlich wirklich ein schönes Positioning hier. Jetzt einen Doppelbrand haben wir. Ein bisschen sehr ärgerlich. Das meinte ich halt vorhin mit flambierter Kanonier. Und wenn man wirklich von einigen Kreuzern gefokust wird, dann kann das wirklich böse sein. Ah, Streuung hat Nein gesagt. Bisschen Unlucky. Die Atago hätte auf jeden Fall da rausgehen sollen. Mal eine Salve, wobei fast alles in der Wand hängen bleibt. Wir werden jetzt hier auch von der nächsten Atago gespammt. Außerdem kommen da nochmal Torpedos. Sind jetzt hier halt wirklich hart unter Fokusfeuer. Zum Glück konnten wir auf jeden Fall den Torpedos hier ausweichen. Wir versuchen uns jetzt quasi zur nächsten Insel nach vorne zu hangeln, um wieder eine Deckung zu kriegen. Dass die Atagos uns hier nicht mehr weiter mit HE bespammen. Großkaliber haben wir jetzt hier auch noch bekommen. Mit einem Schuss. Sehr schön. 145.000 Schaden mittlerweile schon. Sind aber jetzt hier fast tot. Haben jetzt aber nochmal unser letztes... Unsere letzte Reparaturmannschaft am Laufen. Schauen wir mal, was noch geht. Haben halt auch sehr, sehr offensiv gespielt, muss ich dazu sagen. Aber es hat auch auf jeden Fall gut funktioniert. Wir haben halt so wirklich richtig gut Schaden machen können gegen die drei gegnerischen Schlachtschiffe. Das war wirklich super. Leider wird es jetzt schwierig, hier noch ein bisschen länger zu überleben. Colorado fährt da auch noch richtig juicy Breitseite. Da schießen wir natürlich voll rauf. Da kommen nochmal die Torpedos von Atago. Das dachte ich mir fast. Deswegen bin ich jetzt hier auch wieder rückwärts gefahren. Ah, 10.000 Schaden. Nehmen wir natürlich gerne mit. Nehmen wir gerne mit. Jetzt kommt hier auch endlich das erste Schlachtschiff zur Unterstützung hier. Unsere... Ähm... Irrpids müsste das sein. Schaffen wir mal, schafft ihr es die Gneisen herauszuhauen? Leider nicht. Wir aber leider auch nicht. Beschädigen jetzt hier leider nur einen Turm und machen gar keinen Schaden. Aber die sollte gleich rausgehen. Ich denke mal, wir können gleich auch auf die Colorado wieder schießen. Ah, die brennt jetzt hier auch nochmal, die Gneisenau. Und da sind so viele Kugeln in der Luft. Deswegen brauchen wir da nicht mehr rausschießen. Und die Colorado ist nochmal sehr, sehr schön Breitseite hier. Ja, Gneisenau ist jetzt raus. Und auch die Salve. Die obere ist unsere. Boah, das war eine fette Salve. Waren 30k, die wir jetzt hier rausgehauen haben. Eine Cita war wieder dabei. Unterstützer haben wir jetzt auch noch bekommen. 195.000 Schaden haben wir jetzt schon hier am Start. Und wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig. Sind auch noch genügend Gegner über. Es sind halt gerade mal vier Gegner raus, muss man dazu sagen. Ah, 2000 auch für Colorado hier angewinkelt. Sind allerdings halt auch noch vier Kreuzer über. Das heißt, wir haben da auch wirklich noch einiges an Schadenspotenzial, was wir da rausholen können. Haben leider keine Reparaturmannschaft mehr und auch keinen Hop-Batterie-Mod. Aber da rechts haben wir jetzt noch eine Miyoko, eine Atago, zwei Atagos. Ähm, schauen wir mal. Und auch alle wieder hier Breitseite. Das ist nice. Ich hoffe, die werden jetzt hier die Atlanta fokussen. Wäre natürlich nice. Gießen wir jetzt hier die Atago nochmal. Aber leider ist der Fokus komplett hier auf uns. Weil wir natürlich auch, ähm, ja, mehr oder weniger fast tot sind. Machen die wirklich richtig gut. Und jetzt, ähm, wird es halt schwierig. Wenn wir jetzt noch ein Feuer kriegen, sind wir tot. 211.000 Schaden jetzt aber schon zusammen. Das ist nice. Sind wir vielleicht jetzt ein bisschen zu aggressiv gefahren. Und da haben wir auch das Feuer. Schade, schade. Miyoko jetzt hier auf Breitseite nochmal eine schöne Salve. Was sagt die Streuung? Ah, 4.000, nur ein Treffer. Schade, schade. Und, ähm, ja. Das wird es jetzt auch für uns gewesen sein. Wir werden nicht mehr zum Schießen kommen. Ja, Atago finisht uns jetzt hier. Und, ähm, ja. 216.000 Schaden wurden das am Ende. Ähm, hätten wir das vielleicht nochmal ein bisschen defensiver gespielt. Oder wäre die Tirpitz vielleicht, ähm, da lang gefahren, wo wir lang gefahren sind. Von vorne weg. Dann hätten die vielleicht die Tirpitz gefokust. Ähm, haben sie aber auch gut gemacht, dass sie mich da jetzt erst rausgenommen haben. Genau die richtige Wahl. Weil, hätte ich da jetzt noch länger überleben können, dann hätten wir hier wirklich, ähm, vielleicht nochmal die drei, äh, Kreuzer da rausnehmen können. Und das wären dann nochmal so, ja, die Miyoko 30, 40, äh, vielleicht nochmal 70, 80.000 Schaden machen können. Das wäre auf jeden Fall noch drin gewesen in der Runde. Ähm, denn, ähm, hätten wir vielleicht hier so knapp an die 300.000 oder vielleicht sogar die 300.000 Schaden hier, äh, knacken können in dieser Runde. Aber, ähm, dadurch, dass ich wirklich sehr aggressiv in dieser Runde gefahren bin, habe ich halt auch, ähm, sehr oft das Fokusfeuer bekommen. Und dadurch haben wir es halt am Ende leider nicht geschafft, jetzt das Ganze nochmal ein bisschen zu verbessern. Aber ich bin zufrieden, sage ich mal, mit den 216.000. Äh, können wir uns nicht beschweren. Das sollte auch ein Sieg werden. Ähm, wir haben jetzt, äh, ja, drei Schiffe verloren. Die Gegner haben nur noch drei über. Und, äh, daher schauen wir mal. Schöne Runde auf jeden Fall, 216.000 Schaden. Das ist auf jeden Fall super. Ähm, wie gesagt, es wäre noch mehr drin gewesen. Hätte ich das vielleicht noch ein bisschen, hätte ich ein bisschen, ein bisschen passiver gespielt vielleicht. Dann hätte ich dort wahrscheinlich noch mehr rausgeholt. Ähm, gerade am Ende, wo ich jetzt eben nach vorne gefahren bin. Da hätte ich ein bisschen was machen sollen. Und die Atlanta ist anscheinend die AFK. Ah, ne doch, jetzt drehen sich die Gans. Okay. Und, ja, ich würde sagen, wir spulen jetzt auch einen Ticken vor, äh, dass wir uns hier nicht das Ganze, ähm, noch anschauen müssen. Ich denke mal, da haben wir das nächste schon verloren. Ich hoffe, dass wir es auf jeden Fall gewinnen. Also, wir hatten wirklich einen richtig krassen Vorteil. Ähm, dementsprechend, ähm, bin ich mal, äh, positiv gestimmt, dass das was wird. Und wir spulen mir jetzt ein Stück vor und schauen uns dann auch gleich mal das Endergebnis an. So, die Zeit tickt runter. Es wurde sogar noch relativ knapp hier. Jombart hier fand uns auch fast tot. Also, 3 gegen 1, das war nochmal sehr knapp. Also, es war auf jeden Fall notwendig, dass wir wirklich da so eine krasse Runde raushauen. Sonst hätten wir das wahrscheinlich verloren, das Gefecht. Und hier nochmal das Endergebnis. Basis-EP, was doch auf jeden Fall ziemlich ordentlich ist, dafür, dass wir eigentlich, ähm, noch zu früh rausgegangen sind. Wir waren ja das zweite Schiff in unserem Team, was quasi tot ist. Ähm, ein bisschen schade, also die wirklich, äh, die gegnerischen Kreuzer, die sind jetzt auch verdienterweise auf den ersten drei Plätzen gelandet. Die Doppel-Atago und Miyoko, die haben es wirklich gut gemacht. Ähm, ich habe halt eigentlich wirklich in dieser Runde den ganzen Schaden, den ich passiert habe, nur durch die Atagos und Miyoko gekommen. Äh, einmal durch den Torpedotreffer von der einen Atago, ich weiß jetzt nicht, welche es von beiden war. Und dann halt noch mit den ganzen HE-Gespamme, haben sie wirklich gut gemacht und mich so halt auch rausgenommen. Äh, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte es eine wirklich brutale Runde werden können. Dann hätte es Richtung 300.000 wahrscheinlich gehen können. Äh, dennoch eine gute Runde, wie ich finde. Äh, auch mit dem, äh, Fakt, dass ich dieses Schiff halt quasi eigentlich noch gar nicht viel gespielt habe. Ihr seht ja oben das, ähm, Datum am 23.12. Ähm, das war genau der Tag, wo das Schiff halt auch rausgekommen ist. Um 14.35 Uhr war die Runde und ich glaube, ich habe kurz davor halt mein, mein Vorstellungsvideo gemacht zu diesem Schiff. Also, das war, glaube ich, die zweite oder dritte Runde im Allgemeinen mit diesem Schiff, die ich, äh, gespielt habe. Dementsprechend, äh, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und, ähm, ich werde wahrscheinlich, ähm, in Zukunft nochmal ein MVP-Video zu diesem Schiff rausbringen. Allerdings, ähm, werde ich es ja, wie gesagt, nur noch für diese Woche haben, äh, werden. Also insgesamt eine Woche bis zum 30.12. Vielleicht habe ich das Schiff gar nicht mehr. Wenn, ähm, das Video hier live kommt. Und, ähm, ja, deswegen, ähm, schauen wir mal. Ich werde mir natürlich die Jean-Bart ganz normal auch für 2.500 Dublonen, ähm, quasi erspielen. Weil das ist auf jeden Fall ein super Schiff, was man sich auf jeden Fall mitnehmen sollte, meiner Meinung nach. Und das werde ich auf jeden Fall auch machen. Und, ja, wir schauen uns auch nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. Dort haben wir auf jeden Fall 321.000 Kreditpunkte Gewinn gemacht. Und das auf T7. Sehr geil. Wir haben aber auch einen einfachen Booster verwendet, was uns nochmal 45.000 dazu gebracht hat. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. 5.000 Erfahrung, 260 Global EP und nochmal 5.000 KapitänseP. Dort habe ich keine Booster oder sowas verwendet. Ganz normal so gefahren. Und, ja, das soll es auch für die heutige Folge MVP-Format gewesen sein. Eine schöne Runde, die auf jeden Fall noch deutlich mehr Potenzial hatte. Ich habe es einfach nicht perfekt am Ende ausgespielt. Ich bin ein bisschen zu aggressiv vorgefahren, weil ich halt einfach diesen, diesen, äh, diese Kreuzer da an der Breitseite einfach, ach, ich wollte sie einfach wegzittern. Ähm, hat leider nicht wirklich funktioniert. Dort hätte ich einfach ein bisschen passiver fahren sollen, ein bisschen langsamer, nochmal ein bisschen warten sollen, bis mein Team nach vorne fährt. Aber ich wollte halt wirklich versuchen, da wirklich eine richtig Mega-Runde rauszuholen. Da war, war ich ein bisschen greedy gewesen. Sonst hätte es auch locker eine, äh, 280, 290.000 Runde vielleicht werden können. Ist immer schwer zu sagen, weil, ähm, na, wenn man natürlich wartet, dann hauen natürlich die Teammates auch noch Schaden rein in die Gegner. Aber es wäre auf jeden Fall, ähm, sehr, sehr close zu einer 290k Runde wahrscheinlich werden können. 300.000, aber ich bin auch so zufrieden. Auch wenn wir es am Ende nicht optimal gespielt haben, weil ich einfach ein bisschen zu gierig war. Aber, aber so ist das halt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, Twitch-Kanal, Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.